Ich weiß, der Rechtsweg auch einen, aber ich brauche mehr als nur drei. Spass ist auch Spass, ey. Einspruch. Warum kann ich nochmal so ein Arschlochbaum wachsen? Ich brauche mehr Holz. Machst du ein Spitzdach oder ein Flachdach? Ich habe eigentlich überlegt, so ein Spitz, warum? Wollte ich nur wissen. Jetzt halt die Oberetage komplett aus Holz. Oh ja. Ich habe halt überlegt, da ist noch eine Etage drauf und dann das Dach oder sofort das Dach. Sorry. Wir brauchen eigentlich nicht mehr. Ich habe ein halbes Herz, aber... So viel mehr. So viel mehr. 18 Holz oder... Wie es war. Muss jetzt erstmal hier alles wieder die Spawn und das Knochenmäss fast alle. Ah ne, hier ist noch was. So. Ich bin unten so gut wie fertig. Ah! Oh Gott. Hey, warum sterben die nicht? Weil die da drin hier gespawnt sind. Wir müssen hier unten noch ausleuchten. Ja. Mach doch einfach auf alles. No! 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 Warum machst du nicht einfach hier unten auf, wenn die runterfallen? Machst einfach nur so ein Becken, dass die Items nicht in die Hölle fliegen. No! No! Ja, jetzt können die doch hier unten nicht mehr spawnen und die Items werden aufgefangen. Kannst noch eine Fackel hängen. Warum ist er oben hell? Achso, du hast da ausgerechnet. Und dabei was sollen das hier sein? Sieht ein bisschen scheiße aus. Egal, das hat Style, Junge. Style. Boi. Bautista. Geil aus. Das ist mal oben ausleucht. Weil es mal umnähen, das soll ich wegmachen. Was soll ich das wegmachen? Ich will jetzt nicht nerven, weil ich brauch' mehr Holz. Das war mit Parmolz. Jetzt ist der Oder von Parmolz. Ja, ich bin ja schon da. Das muss ja alles machen. ich komme mir voll fast klar vor das stimmt überhaupt nicht weil er auch was machen aber sind beide jetzt an pflanzen er ist ja alles fertig angepflanzt abholzen kannst du ja auch noch ein schönes haus lasst doch mal ihr haus das schöne sport jürgen und der millionischen und ob du machst du jetzt oben die weg oder nicht ja ich bin ja schon dabei der muss hier nur arbeiten warum haben wir Prozent so viel Steine Loll dachte ab so viel gebraucht jetzt ist so viel Karte 2 6 sich als jetzt das nächste Teil reise ist soll ich fahren da braucht sie enthalten ist der Hörer Stein ich glaube ich habe zwischendurch immer ganz wenig reingetan und es hat sich schon zu mir Maria jetzt in ganzen das habe ich reingetan den sie über hatte ja und das war wahrscheinlich einiges hat sie mich schon schlecht arbeiten lassen na schon braucht es doch sowieso und daher eben nicht mehr da ist ja schon fertig ich weiß nicht wie oft die noch in die flucht gehen wird die wird gar nicht mehr in die luft gehen zwar weil die Viecher jetzt nämlich sofort sterben wenn sie unten aufkommen weil das ist die einzige auch die hast du gerade was zu tun ja ist ja nicht so dass ich nur die ganze Zeit am arbeiten wäre nein hast du gerade was zu tun ich habe diese Frage was machen wir jetzt hier mit womit lasst dir offen irgendeinen trottel fälschen rein dieser trottel lässt nicht nicht sein ups am Ende bin ich aus der welt scheiße ich bin euch die löcher gefallen hast du gerade Martin nachgemacht ja scheiße aha bist du witzig wollen wir dann auch ein Truhen System machen oder nicht ja komm wir machen gleich ein automatisches Truhen System Dreadstone allem ne ich meine einfach nur wo Schilder dran sind und wo es in den Truhen liegt ja ein bisschen ordnen können wir es ja muss man ja nicht eine extra Truhe nur für Erde machen also ich mache so eine Kiste sonstiges und dann schmeißen wir alles rein und Martin sortiert dann immer hm 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 ja 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 es gab eine sonstiges Kiste da wurde alles ja lol ich bin hä ich bin grad aber ich weiß nicht wieso ich hab den Block unter mir abgebaut und dann bin ich vom Block runtergebackt na ich bin gestorben mit einigen Eifens ja hast du jetzt noch Steine ich hab so gut wie allen Schnee verloren einiges an Essen einige Spitzhacken ja und das nur weil ich hier rumgebackt bin und man machte den Weg und mehr ein nicht mehr oder wir können das trotzdem bisher ausfำ eine Als Füchere auch als 8 weil er hat mich hat mich umgedreht und da war sie doch der Brüder hihihi ha 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 Hallo ha 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 ich auch mach dich nicht lustig ich nehme mich extra lang ich wusste dass es martin sein wird ich wusste es einfach martin das sollte bis jetzt nur ein bisschen auffällig was ich reingeschrieben habe sondern das weh wir haben sieben weh maria peck die auch noch warum weh wissbar ach so ich mache immer mit der stelle deswegen ja ich nehme ich auch ich noch was der schluss von kaufs trüßbar haben wir noch zahlen aber wir haben eine ganz einige sticks hast jetzt oben arm ausgemacht ich bin noch nicht dazu gekommen floh stinkt ich weiß jetzt nicht wer es geschrieben hat spaßt so du kannst ja auch selber machen um musste ja hier schon deine verkleidung von diesen steinern schafft entfernen wie lange nehmen wir schon auf fast eine stunde ich würde sagen wir brechen jetzt auch gleich die aufnahme ab was nein doch ist ja aber wir können ja dann noch mal anfangen auf jeden fall nach einer stunde ist erstmal ein guter cut sehen wir uns beim nächsten mal